Nee, äh, sicher un-unstittig. Ja, also Dieter hat seinen jetzt runter erneuert. Dann machen wir ja nicht mehr solche Grunderneuerung, wenn das direkt am Fluch fällt. Das ist normal. Also, Test beim schweren Akku. 3, 2, 1, Feuer! Ach, geht doch. Wie man diese Mädchen weiß sagen hier. Ja, ja. Ich denke, wir sind immer wieder in der Kampel. Es ist bei keiner zu den Settlementen. Ja, man stößt bei den Dingern zusammen. Ja, wir sind ja in der Achtung. Bam! Das glauben die Leute, wenn du sowas sagst. Ja, ja, das ist echt, ja. Ich glaube, 250 bis 300 Meter entfernt. 200 Meter, von hier aus ist es sogar noch weiter. Wenn du es mit schnellen Manövern vernichtet, ist das richtig. Und das ist brutal, ne? Die Bäume, was die da... Wenn du es mit einem, der mitte, der mitte, der mitte, der mitte, der mitte. Und das wird ja auch ein bisschen mehr geworfen. Und das ist jetzt, ja. Soll ich das nicht einmal kurz Gas zu geben? Oh, was mach ich denn jetzt? Volles konzeptlos in die Kehre gegangen. Ich versuche mir da hinten zu schauen, ob da jemand da kommt oder so. In der Millisekunde, wo du da wegschaust, wird sich da jetzt ein... Ach so. Nachweilen hier. Oh, Herr Koffeck, schon wieder an, schmacht zu werden. Ich kann mich jetzt von deiner Fluglage hier beeinflussen lassen. Oh, da ist ja der Baumschüt. Hoppla. Ich kann sagen, dass es knapp war, aber... Oh, nee, das ist schon wieder Bremen am Abend. Fuck, nee. Oh, Baube, Vorsicht. Ja, ich glaube, ich muss mal... checken. Die macht nur, dass der Anscheinler ist aber hungrig wert. Grüß Gott. Ja, also... Rollrad ist auf jeden Fall ganz gut. Wo steht... Wo kann ich auf deinem Flugzeug drauf treten? Sonst steht... Ja, gut. Hehehe. Kriegst du sich da rüberlaufen, dann... draufwandere. Was war das? An was? Ach, Menno! Was machst du? Keine Ahnung, was ich heute hab. Keine Ahnung, was ich heute hab. Feierlein... wie gesagt,